So, wir haben unser Gehirn an Degern verteilt. Schön. Mir schon mal dachte ich schon, ich bin wirklich tot und jetzt ist das Spiel vorbei. Aber das Poster, wenn ihr jetzt auf Pause drückt, dann könnt ihr das Poster schön lesen. So, Miss Ashworth, ich habe eine Bottle von Wein in meine Bag. Ich wollte es mit Robert, aber ich habe es vergessen. Robert? Die Rats? Oh, ja, natürlich. Ja, natürlich. So, dann sollen wir einen Drink haben? Wir können uns ein bisschen mehr kennenlernen. Ich weiß, ich habe versuchte, ich werde nicht in den Weg kommen. Und, ich meine, du musst nicht, wenn du es nicht so fühlst. Aber, da sind wir zusammen leben für ein bisschen Zeit, wird es nicht helfen, wenn wir uns mit uns sprechen, will es? Ja, du bist sicher, dass du etwas trinken wirst, in deinem Zustand? Aber du denkst, sie weiß schon, was du tot wirst. Ja, das ist okay, ich denke. Great! Ich bringe den Wein. Oh, verdammt! Das ist eine dieser Bottle mit einem Kuck. Hast du eine Bottle öffnet, Miss Ashworth? In der Küche. Ich gehe sie holen, soll ich? Ja, bitte. Und wenn du da bist, könntest du auch ein paar Blöcke bekommen? Das Ganze ist, einmal hier. Ich gebe ein Gläser. Und... Flaschenöffner. erst mal vermis. Oh, okay. Da geht's. Da geht's. Wir holen die Bottle ab. Ja. Aber wir brauchen auch Schäfer. Wir sehen, ob du ein findest. Ach du dummachem. Das war mir das Fleisch und ich hab. Ich hab ein paar Weinschäfer. Oh, klar. Das ist alles, was wir brauchen. Oh, und Miss Ashworth? Ich muss wirklich sagen, das ist bevor wir starten. Ja? Ich versuche, ich werde nicht zacken, wenn du zu schlafen. Sehr lustig, Minzy. Oh nein, ich meine es. Das ist gut. Aber nur damit du weißt. Ich schlafe immer mit meinen Augen ört. Einmal, The Big Sea. Also halt, Caves. Und über das Wetter. Dass es nicht mehr regnet. Oder, ja, wie sie gedacht, den Kerl zu finden. Aber machen wir natürlich das zuerst. So, The Big Sea. Wollen Sie darüber sprechen? Ja, ehrlich gesagt. Ich bin ehrlich gesagt, ich wollte nicht wirklich sagen, was ich so sagen. Ich habe dich in eine sehr schwierige Position. Ich weiß. Es ist nur, dass ich wirklich zufrieden bin. Ich hoffe, dass du verstehst. Ich hoffe, dass du verstehst. Das ist die letzte und wichtigste Sache, ich muss machen. Before mein Zeitpunkt ist. Es ist gut. Du siehst gut. Es ist einfach. Es ist einfach... Ich finde es schwer, zu vertrauen zu Menschen diese Zeit. Vielleicht ist es Zeit, dass ich meine Augen örtete, um zu sehen, dass andere Probleme haben. Auch. Einige, wie du selbst, sogar größer als ich. Was ist es? Was ist es, wie es ist? Ich frage mich zu fragen? Es ist ein Tumor. Her Name ist Glioblastoma. Her? Ja, sie sind alle Mädchen, wie ich es imagine. Sie sehen, ihre Namen. Lymphona, Melanoma, Myeloma, Leuchämia, Sarcoma. Sie sind alle eine fucking Gottes der Erde. Schön. 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 Sie sind einfach richtig, Mitzi. Ich war eine Lehrerin. Ich weiß ein paar Dinge über Cancer. Und ich weiß Glioblastoma. Sie ist eine wirkliche Frau. Ja. Ja. Und sie wird sein, die Prom Queen bevor die Nacht enden. Und ich versuche nach der Rückseite. Hm. Wie lange? Sie sagten, ich hatte ein Jahr. Aber das war sechs Monate, also... Ja. Es ist nicht sehr lange. Es gibt nichts... Sie haben versucht. Entschuldigung. 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 So bin ich. Willst du über etwas anderes sprechen? Jetzt haben wir die Stimmung ein bisschen errolliert. Ähm... Aber... Fragen wir einfach. Mit dem Wetter. Oh. Es ist nicht mehr regnet. Oh, gut. Ich bin nicht mehr regnet. Manchmal mag ich es sogar. Aber in der Wetter-Forkast, da kommt ein grosses Fog. Ich habe nie einen gesehen. Die einzigen Monster sind wir. Mörderer, also Mörder, Vergewaltiger, Arsonyms, also Brandstifter wahrscheinlich. Vielleicht hast du recht. Ich werde daran glauben, wenn ich einen sehe. Die einzigen Monster sind wir. Mörderer, Vergewaltiger, Arsonyms. Sie sind die realen Beasts. So weit aus der Menschheit, sie sind nicht mehr zu fühlen. Sie sind diejenigen, die wir wirklich Angst haben. Aber ob sie in den Bäumen, oder in der Schmerz, oder in der Schmerz, ist alles irrelevant. Sie können nicht überprüfen, was passiert. Sie können nichts tun, um es zu stoppen. Es gibt nur eine Art Weg. Sie werden sich selbst in eine Schmerz. Und wie sie, Sie zeigen keine Schmerz. Woah! Woher kommt das aus, Frau Ashworth? Ich mag einfach nicht Mörderer. Sie sind nichts, aber Parasite. Wie gedenkst du den Kerl zu finden? Ja, aber ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen auch das Spiel mehrmals durchgespielt, dass die Antwort jetzt ein bisschen dafür sorgt, dass wir ein bisschen länger als die Zeit veranschlagt haben. Ähm, ja. Aber in dem Fall speichere ich jetzt und dann setzen wir gleich beim nächsten Mal hier an. Okay. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Wie planst du diesen Kerl finden? Ich weiß noch nicht. Ein bisschen von Detektivarbeit vielleicht. Es sollte nicht so hart sein, wirklich. Es gibt nur etwa acht Apartmenten hier. Und wenn ist es? Ich hoffe, dass du mir eine Hand geben könntest. Du kennst einige von deinen Nachbarn, nicht wahr? Nicht viele. Ich habe sie nie wirklich gebraucht. Aber sie haben auch über die Jahre verändert. Du hast wahrscheinlich auch nachdem, dass das nicht das Ort ist, wo neue Nachbarn mit einem frisch gebraten Kuchen gegründet werden. Du siehst eine neue Gesichter, Sie geben ihnen eine blank stare, Sie passen sie in die Halle, und Sie vergessen über sie eine Minute später. Das schlecht, ey? Well, da ist das Ball-Guy, der lebt neben mir in Flatt 5. Er kam hier vor kurzem, um mich zu schäuern in meine Gesichter. Er ist ein grosses Stück, aber ich glaube, ich glaube, dass er wirklich nicht der Person, dass du siehst. Was macht er für ein Leben? Ich denke, er ist ein train-driver. Hm. Ich kann nicht vorstellen, dass mein Mann ein train-driver wäre. Okay, das ist gut. Er bleibt uns nur mit 6. Er ist jemand anderes? Ich denke, Sie wissen, vielleicht nicht heute Morgen. Wir sprechen nur noch etwas anderes, okay? Ich habe viel Zeit. Es gibt keine Chance, es gibt keine Chance. Vielleicht können wir morgen zusammen sitzen und einen Plan machen. Ich könnte eine einfache Bildung und mit Ihrer Hilfe marken, wer wohnt? Mitzi hat einen Plan. Okay, er kann immer noch wissen. Okay. Okay. Ich wusste ihn nicht so lange, ich wusste ihn nicht für viele Leute. Ich wusste ihn nicht nur für einen Mann. Wir waren 15 Jahre alt. Aber nachdem wir uns immer noch Ich wusste ihn immer der Mann. Ich hat mich als immer das, ihn nicht überlegen. Das ist schon immer. Já dasig da. Wir wussten einen Tag auf einivespeople. Wir wussten unseltern, die Kinder oder immer noch, und eine Gute. Ich wusste nicht, weil ich hatte viele Freunde. denn ich hatte знак. Ja, leider. Was he an artist? He always liked all kinds of morbid stuff, whether it was music, movies, paintings. So do I, really. We had that in common, amongst other things. People say it's depressing to listen to sad songs or watch sad films. But I never felt that way. And yet, you are scared of fog? Oh, that's different. I might be scared of fog, but I like spiders. They're beautiful. You must be out of your mind, Mitzi. No, honestly. There is a certain indescribable beauty in sadness. Just like there's beauty in the grey and ugly winter morning when you look past the obvious, and notice what others can't see. You must love my apartment then. It's like ugly took a vacation here, and never went home again. How did he take the news about your cancer? He thought I was joking at first. He laughed. Then he got really angry. I swore to him I was serious, but he still wouldn't believe me. We had a big fight that night. It was our first and only fight. It was awful. He smashed some stuff. His guitar, of all things, was the worst. He loved that guitar. Why did he break it? He was absolutely furious. He walked out on me that night, and when he came back the next day, he was different. He begged me to try surgery and chemotherapy. I didn't really want those things, but I did the chemo for him. It didn't help. It just made me feel sick all the time. I felt trapped in this strange place, when nothing that happened around me seemed real. Maybe that's why I didn't see what my cancer was doing to Jack, and it was destroying him as well. He changed. He became obsessed with death. It seemed death was all he ever thought about. Even though it was me, not him, who was supposed to die. Have you stopped him? How did he die? How did Jack die? I was so distant in the last few weeks before... before he died. What I didn't know was that he kept looking for something. I don't think he even knew what exactly. But it eventually found him. Or rather, he found him. There are those forums online, you know? About all sorts of stuff. Fishing, computer games, horses, gambling, addictions. Everything, really. Accidentally, Jack stumbled upon one about suicide. There's a guy there. Calls himself the Eye of Adam. He's a fucking god on that forum. It's like a failed suicide club. People mostly try to help each other and offer support. Sometimes it just helps to know there are others like you. To listen to their stories and how they cope with their lives. But the Eye of Adam is an advocate of death. He dwells on human weakness. His job is to plant an idea. To give them a reason to die and tell them how to do it. Once and for good. Jack took the bait. Before he knew, he was completely brainwashed. One day, he sat down with me and tried to explain his perfect solution. It was the Romeo and Juliet kind of scenario. We were both to die together in each other's arms. It was supposed to be a quick and foolproof death. There was no chance we would have been saved. All thanks to the Eye of Adam. Who created a tool for perfect suicide. He told me it was very simple. All we needed were two easily accessible household chemicals. Which combined together create gas called hydrogen sulfite. That kills you within a couple of minutes. I told him he was fucking nuts of course. But he just wouldn't give up. He reasoned with me. Then he begged. And eventually just kept screaming at me. I figured it was his crazy idea of a modern romance. But it was downright tacky and just wrong. Finally. He said he would get everything ready and wait for me in our special place at dawn. Five in the morning. Don't be late. Those were his last words he said to me. Then he stormed out. I cried for hours. Thinking I didn't deserve all that from the person I loved most in the whole world. A few times I even tried to persuade myself that maybe he was right and I should do it. But I just couldn't. I eventually fell asleep. I didn't plan it. My head was killing me. I was so tired. I woke up suddenly. I could see the sun rising out my window. It was nearly five. In utter panic I threw myself off the bed and ran out the door. I needed to stop him. I needed to get there before it was too late. But right there in my bedroom. Before I even left. I already knew it was. When I arrived at our special place. It was already bright. We used to go there in the past. Drink wine. Sometimes smoke weed and listen to Pink Floyd. Sometimes make love in Jack's car. There wasn't really anything special about that old parking lot. But tell us there was. It was completely abandoned. It was quiet. It was safe. After that day I've never gone there again. No key. Okay. Now. Now we are already a bit above it. So, sorry. Ich habe tatsächlich vergessen, dass es bei den wichtigen Gesprächen nicht abzubringen geht, beziehungsweise dass ich es nicht speichern kann und dann fortsetzen kann. Aber okay. Mitzi. Äh. Auch nicht. Otzi. Mitzi. Okay. Aber jetzt aber. Von daher. Wir sehen uns beim nächsten Mal und falls euch irgendwas gefällt oder euch stört, lasst es mich issen in den Kommentaren und ja. Bis dann. Ciao.